Hallo, ich höre wieder. Ciao, Steffel. Einer weiter. Wach, Mummi. So, steht da. Damit findet ihr euch... ...was findet ihr in der Folge. ...was daneben. Ah. Maul. Kaff! Ich hoffe hier kommt noch was schwereres, weil das ist ja ein paar Pille, also. Kann noch... Ey, das ist... ja, ja. H drücken, dann kommt es. Okay. Yeah. Was ist das? Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht. Na, dann muss ich noch mal machen. Nein. Oh. Mann. Eine Chance geben. Bitte. Ja. Ja. Wirklich, du kannst mich wissen. Guter als ich. Fett als ich, ja. Ja. Aber doch bis... Quatt. Ja. In die Luft. Da war es doch schon mal. Da war es doch schon mal. Weichert es also doch nicht. Auf. Ja. 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 hat wie spiderman ender teckel an gekrabbelt das ist sehr schön vielen Dank, da waren wir schon mal Hallo Freunde, wir kennen uns auch schon, ne? Spidermann Eeeh 3 1 1 4 4 5 Also Held 1 Wir können Schong Watt Ich habe einen Schottmesser mit euch Ich brauche euch nicht Hallo? Freunde? Was geht? Ach Genau Rem So Ich Seid für die Schottpresse? Euch hat jetzt nur noch Altschrott Arbeit euch dran, Altschrott Bop Das ist doch Das ist doch Da wird es Zahne ... ... ... ... ... ... ... das mal überfühlen echt heute kommt an ich sage bäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbä an hier komm an hier ernst oh aber nicht ich jetzt so ach hier sind nur 3 ich kann nicht nur auch ich kann nicht schauen die existenz ich kann damit nicht viel gerne ja das ist gut ok wer wir ok ich weiß ja wie es ich habe es nicht ich habe es nicht ich bin nicht durch noch komm Oh Gott. Ach jetzt kommt die Last. Was hängen gelassen? Freunde. Na? Wenn ihr keine Chance habt, droht und greift die an. Hey, das ist ein. Das ist ein. Das ist ein. Das ist ein. Minha Armand Wut ab Wut ab Wut ab Wuh, es ist noch ein Oh, ich fühle mich an. Oh. Oh, yes. Geeks. Was ist das hier? Also, hier ist er... Nein! Back Back in die Tür Hey, die Linke hier ist ja Okay mal was dort was nichts action gehen der folge denn Die Folgezeit ist wieder einmal um, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann am Nachmittag wieder zur nächsten Folge die Zieh-Online, euer Dorf Steffen. Züge die Macht mit uns rein, meine Jung-Vater-Wahne. Ciao! Ciao und selbe Stelle, selbe Welle. Euer Dorf Steffen. Ciaoiii!